Und damit herzlich willkommen bei der Zusammenfassung von Game 46 und 47 vom Ranked bei League of Legends im Solo-Q. Beziehungsweise habe ich diesmal diese beiden Games aufgenommen zusammen mit dem Gold Reaper, der hier als Lu9991 gespielt hat. Und ich war halt Brand und der gute Lu, der hat den Yi gespielt im Dschungel. Und ja, ich muss das Ganze hier ein bisschen zusammenfassen. Ihr seht, ich habe das Ganze ein bisschen gerafft. Der Ton ist auch weg. Das lag daran an einer ziemlich zerstörten Aufnahme. Das Bild konnte ich zum Glück retten und somit kann ich wenigstens euch nachempfinden lassen, was in diesen beiden Spielen passiert ist. Ihr seht hier, ich hatte einen Kassadin in der Mitte und Kassadin-Spieler probiert man natürlich immer erstmal so ein bisschen aus. Oder generell gucke ich immer, wie mein Gegner so ist. Und deshalb habe ich geguckt, inwieweit der sich poken lässt. Und wie ihr seht, hat der so den ein oder anderen Spell gefangen. Hier wollte man mich dann eben ganken. Das habe ich zum Glück frühzeitig genug bemerkt und konnte abhauen. Während Kassadin immer noch weiter dabei war, dann zu probieren, mir ein bisschen einzugeben. Aber Kassadin selber eine ganze Menge gefangen hat. Hier wollte Shako mich dann eigenhändig, mit zwei Leveln unter mir, wollte er mich ganken kommen. Beziehungsweise vom Farmen abhalten. Ist für ihn nicht so gut gelaufen. Kassadin kam zurück auf die Lane und ich war dann dabei, ihm weiterhin gut ordentlich einzuschenken. Was für mich aber dann ein bisschen blöd war, weil ich durchgehend gelandet habe. Und ich lane ja gerne mit meinen Skills. Und somit habe ich natürlich weniger und weniger Mana gehabt. Hier dann das erste richtige Aufeinandertreffen wieder. Nachdem Kassadin und ich dann beide einmal weg gewesen sind. Ja, das ist sozusagen dann gleich ausgegangen. Kassadin wollte dann hier auch wieder ein bisschen poken kommen. Was nicht so gut für ihn war. Shako wollte ganken kommen und genauso aber auch mein Gold Reaper. Ja, mein Yi kam dann, um auch zu ganken, was auch wieder eine Begegnung gewesen ist, die gleich ausgegangen ist. Hier hat sich Kassadin dann ein bisschen überschätzt gehabt. Und ich habe ihm alles gegeben, was ich hatte. Und das hat auch geholfen, mir den ersten einen Vorteil zu bringen. Mein Gold Reaper hat sich dann im Dschungel bei denen hier zu sehen vergnügt. Hat sich den Red Buff von ihnen besorgt. Und wir haben uns dann einen Kassadin besorgt, weil er meinte, meinen Yi anzugreifen. Und das geht ja mal gar nicht. Ja, somit mein 2-0. Unser Yi lag schon eine ganze Weile lang vorne, weil er überall ein bisschen sehr präsent war. Unsere Botline auch sehr, sehr aktiv. Holt sich da einen Tower und zwei Kills. Ihr seht also, alle Lanes liefen ziemlich, ziemlich gut. Ein blindes Verständnis sozusagen im Team. Also pingen war auch so gut wie nicht nötig. Es war eine sehr, sehr angenehme Runde. Während ich dann im Dschungel geschaut habe, was denn da so möglich ist, hat sich mein Yi gedacht, gehe ich mal auf die Botline. Und schnappe mir den Ezreal. Ich habe dann gedacht, weißt du was, mache ich auch. Gehe in die Mitte, Kassadin ist ja alleine und pack mir den mal. Ja, ihr kennt das selber, wenn man übermütig wird und ein bisschen geizig wird und greedy wird, dann bekommt man halt einen eingeschenkt. Ja, hier ist das eine Situation gewesen, in der ich dann leider den Nachteil gezogen habe und leider auch nicht den Kill bekommen habe, weil Chaco sich noch gegenheilen konnte. Dafür aber haben wir dann hier den Yi gehabt, der vorgesorgt hat und ich mir dann den Kill holen konnte. Das war dann auch noch schön ein Blue-Buff für mich. Und während ich dann in der Mitte wieder am Pushen war und Kassadin meinte, in der Mitte vorbeizuschauen, lief ihm auf der Top-Lane, wie man auf der Karten sehen kann, für den Yi schon wieder der Zirkus wunderbar ab. Er hat sich dann auch nochmal mit einem Chaco angelegt. Ich habe gedacht, ich gehe mal ihm helfen. Und während wir dann da das Double besiegt hatten und der Chaco sich gerade so retten wollte, habe ich mit einem Blindshot, also wirklich mit einem Skillshot in die Nähe, habe ich dann da noch getroffen, weil Chaco hatte mehr oder minder ja nur eine Fluchtrichtung und ihn killen können. So, währenddessen haben wir dann auf der Board-Lane ordentlichst Druck gemacht und konnten da nicht nur einen Kill bekommen, sondern konnten da auch zweierlei Tower wegdrücken. Kassadin, der da auch wieder weg wollte, hat das Ganze auch wieder knicken können mit einem Flash nach vorne und dem E auf dem Schädel konnte das Ganze dann auch so geregelt werden. Ich habe dann gedacht, ich packe mir den Gnar in der Mitte. Gnar natürlich dann in seiner Super-Gnar-Form, der auch von mir hätte besiegt werden können alleine. Aber mein Yi kam und leider kam auch der Kassadin, den ich natürlich nicht gesehen hatte. Was aber jetzt ja in einer Doppeltötung für unseren schon bereits gefiederten Yi resultierte. Von daher auch nicht so schlimm. Ja, Chaco schnell ausgeschaltet durch die Looks in einer Teamarbeit von uns dreien. Ja, wir ordentlich Druck aufgebaut auf dem Midland Tower in der Base vom Gegner. Was auch wieder dazu führte, jetzt ein weiterer Kill für unseren Gold Reaper in Form des Yi. Ja, ich wieder ein bisschen greedy. Man wird es sehen, man wird es lieben. Und, äh, naja. So, das ist nun mal der Kassadin, er ist mobiler als ich. Aber hey, wir hatten auf jeden Fall dann da einen weiteren Tower bekommen. Und ich weiß nicht warum, aber sie wollten in Unterzahl und in weit unterfahmten Möglichkeiten, wollten sie mein Team chasen. Und dadurch hatte eine schöne Doppel, ne, eine Dreifachtötung für unsere Vayne. Das Resultat dessen. Ja, und Gnar, ein bisschen den Fokus falsch gelegt, dann auch noch gestorben. Ich alleine vorne, ja, ein bisschen überschätzt, aber durchgrund von mehreren Effekten, die da mittlerweile zu Gange waren, hier noch in einem 2 zu 1 Kampf einen Kill mitbekommen. Ja, 6-4 läuft eigentlich so weit und Yi machte das Ding dann rund. Wie wir hier sehen konnten, Doppeltötung noch für Yi. Da kam dann der Lux Laser noch rein und da kommt nochmal der Yi. Ja, und dadurch hatte unser, naja, der Gnar, der konnte natürlich nicht wegkommen. Als würde der Gnar in seiner großen Form schaffen, vor dem Yi wegzulaufen, gerade wenn er sein Ulti anhat. Schön da auch nochmal eine Dreifachtötung vom Gold Reaper, kurz bevor der Ezreal auf die Plattform flüchten konnte. Und das war dann auch so weit, das Ende. Das war die erste Runde, die wir dann natürlich brachials mit 47-19 für uns entscheiden konnten. Nicht wenig Anteil daran hatte unser Yi. Unsere Bot-Line und unsere Top-Line, alles lief eigentlich so weit gut. Die zweite Runde hier. Ich trundle auf der Top-Line, mich ziemlich spät erst entschieden. Ich bin der Gold Reaper, beziehungsweise der Lu991, diesmal als Jungle Fiddle. Ich als Gegner für die Rhythm auf Top. Ich habe diesmal mit Full Tank Runen gespielt, um mir damit zumindest ein kleines bisschen Schaden bewahren zu können. Aber wie wir es so können, ist eine Rhythm nun mal eine Rhythm. Und egal in welcher Form, sie macht eigentlich immer Schaden durch ihren Dreifachsprung, durch ihr Schild, durch ihre Mobilität und durch ihre Durchdringung, die sie sowieso immer schon hat. Demnach war ich leider mit einem 0-1, bin ich dann erstmal runtergelaufen, während mein Fiddle von einem Udyr gegankt worden ist. Ich habe ihn da schön gecornert und wir dann zu dritt geschafft haben, den Udyr zu blocken und dann zu töten. Weil Fiddle gegen Udyr läuft nicht so. Dann da die Rhythm, mittlerweile dann ein Level über mir, jetzt mittlerweile dann zwei über mir. Ist klar, weil am Anfang sie hat direkt auf Schaden gesetzt, ich auf Rüstung. Und da macht sie nun mal am Anfang mehr Schaden. Und da ist es auch kein Wunder, dass eine Rhythm mich dann unterm Tower ganken kann. Ist auch kein Wunder. Und nicht nur das, sondern sie hatte auch so viel Schwein, beziehungsweise so viel Können, je nachdem wie man es drehen möchte. Es ist halt die Rhythm, dass sie natürlich auch da, seht ihr das, jedes Mal und immer wegkam. So, das Ganze setzte sich dann noch so ein bisschen vor. Ihr seht, mittlerweile bin ich bei 1-4. 1-4 ist nicht so toll. Und die Rhythm mittlerweile, glaube ich, bei 5-1. Und auch das ist eine Sache, die man der Rhythm dann zwar zugutehalten muss, aber sie fing dann irgendwann an, sich zu überschätzen. Und somit haben wir natürlich den Fokus so ein bisschen auf die Rhythm gesetzt. Aber auch da wollte sie wieder entkommen. Das haben wir dann aber zum Glück hier gerade geregelt bekommen. Ja, unser Gold Reaper wirft nochmal eine Krähe hinterher und zack ist die Rhythm dann auch Geschichte. Ja, gegen so viel CC und was konnte sie dann doch nicht wegkommen. Anders aber hier. Obwohl Slow und noch Silent durch den Talent und alles vorhanden waren, ist sie natürlich durch ihre Rumsprengerei, weil wir kein Binding hatten, einfach ist sie dann weggekommen. Und hier fingen dann aber die ganzen Teamfight Sessions an. Und in den Teamfights sind wir einfach überlegen gewesen. Ihr seht hier, der Ezreal hat direkt eine Doppeltötung hingelegt. Ja, dann von mir hier noch eine Tötung. Da fing dann an, die Rhythm alleine auf dem Fiddle rumzuhacken. Das konnten wir so natürlich nicht gutheißen. Dann haben wir sie hier nochmal gecornert. Ja, drei Mann, ein Vier, ein Shackle. Und dann hier ein bisschen Slow von mir. Ja, wir wissen ja, Trundles Bisse machen Slow und genauso viel wie der Stein. Und dann konnten wir hier zusammen dann auch wieder die Rhythm, weil die Anfang angefangen hatte, sich dann wirklich schön zu überschätzen, konnten wir sie dann da töten. Hier fing dann an, das gegnerische Team in unsere Base einzudringen. Aber da haben sie sich ein bisschen überschätzt, denn diese eine Tower, den sie bekommen haben, haben sie mit drei Leben bezahlt. Und ich denke, das war ein echt guter Tausch gewesen. Okay, die Defensive unserer Base war natürlich ein bisschen geschwächt, aber drei Kills. Und hier wollte der Gegner dann den Baron invaden, den wir gerade genüsslich verspeisten. Was dann aber für den Gegner, weil viele von uns ganz, ganz viele tolle Sachen noch ready hatten. Und ich natürlich auch mein Ulti auf... Ne, das hatte ich zwar in diesem Moment noch nicht ready. Konnte aber dann in der darauf folgenden Szene wunderbar agieren und auch da wieder einen Off-Tank rausnehmen. Und zwar sehen wir das jetzt gleich. Wir haben hier halt den Udia, der meinte, sich dann in die Gruppe zu springen. Und die Riven mit ihrem Schild und mit ihrem schönen vielen Leben ist natürlich ein genüsslicher Happen für... Ja, desto mehr Leben, desto mehr Schild, desto mehr Magieresistenz ist das natürlich eine ganz tolle Sache für einen Trundle. Denn er profitiert von allem. Hier konnten wir dann also die beiden Off-Tanks ausschalten, haben noch ein ganzes Stück nach vorne pushen können, einen Inhibitor und den Tower bekommen. Haben uns dann hier noch weiter nach vorne gemacht und Riven, wie die Riven nun mal so ist, wollte sie dann wieder überwiegend hier probieren reinzugehen. Die Sache ist einfach die, sie hatte gerade eben ein Ignite drauf, hatte dann das Bluten und hatte dann auch noch mein Ulti drauf. Ja, das waren drei Debuffs und da konnte sie sich auch mit ihrer Hydra nicht gegenheilen und wurde dann also da auch wieder niedergemacht. Ja, also man sieht eine wachsende Selbstüberschätzung von der Riven, während ich immer weiter tankiger und immer weiter lebenslutschiger wurde. Ja, nennen wir das Ganze mal so. Und auch natürlich unser Fiddle, da seinen Anteil wiedergebracht. Talon und Leona auch immer schön mit dabei. Ich sterbe halt hier in dieser Szene, weil wegen ich... Moment, da... Ja, man sieht ein ganz ordentlicher Schaden am gegnerischen Team angerichtet. Und dann aber da kurz unsere Tabelle. Ihr könnt ja auf Stopp machen, dafür sind ja schlicht Videos da. Und wir holen uns dann hier den ersten Nexus Tower und gehen da auch weiter in den Kampf. Ich sterbe zwar, wir gewinnen aber sozusagen wieder eine ganze Menge mehr. Ja, unser Fiddle bringt da auch wieder den Udyr um. Wir pushen halt konstant immer ein Stück weiter nach vorne. Unser Ezreal mittlerweile auch bei, ich glaube, 17-4 zu dem Zeitpunkt. Ich weiß es nicht genau. Wir spielen 42-26, wie oben zu erkennen ist. Und setzen dann langsam, langsam an zum finalen Pushen. Ja, und invaden halt die Base, machen die Riven wieder mal rund. Und sie hatte zwar mittlerweile auch einen Guardian Angel, der hat ihr aber nicht mehr viel genutzt. Ich tanke den Tower an, habe ja genug Leben und schließe ich auch da genug Haushaltsvermögen. Und dann geht es halt, den Nexus zu zerstören. Und das waren im Endeffekt dann auch die zwei Siege. Wir sind momentan in der Promo. Ich habe den ersten Sieg für nach Silber zu kommen. Wir brauchen also noch zwei und sind dann endlich wieder in Silber. Und werden dann schauen, wie es beim nächsten Mal so weitergeht. Dann auch wieder vollständig und mit Ton. Ich hoffe, es war soweit okay für euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Denn heute ist nicht alle Tage. Ich zog wieder. Keine Frage. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer PC Archangel.